hallo meine freunde herzlich willkommen zurück in jord den konan mitten rückwärts krokodil vorm haus ich komme mal gerade mein helf ist kaputt ich bin ein bisschen überladen ich habe zwei seile der hat alles ganz einfach alles hier ist ein bogen habe ich gerade hingelegt liegt genau vor mir warte mal von den pfeilen gib mir mal die hälfte von den pfeilen bitte warte mal jetzt ist der bogen auch mann hast den bogen moment kann ich mein lederzeug war da mal mein lederzeug reparieren brauchen wir das so feile ding am boden und hier ist noch so ein seil die hygiene will unsere schlafen angreifen der hier ein bisschen rumnöbel dann klatsche weg ich habe keine waffen du das ist jetzt gerade weggelaufen ist noch eine glasflasche die tue ich mal hier um die rein dass hier das gefängnis ich sag mal wie kann ich meine sachen reparieren mein torbahn zum beispiel wenn das ein einfacher ist kannst du es nicht leichter torbahn steht hier ja kannst du nicht reparieren ja du gehst einfach klickst den an und dann auf mehr dort müsste referieren stehen kommt mal schnell raus hier ist eine hygiene die habe ich tot geboxt dann müsste aber mal das feld eben nehmen ich habe keine keine ich habe ich habe noch ein paar ich habe noch ein paar so schwerte ein bisschen repassnet ja ich habe ja auch gerade meine sachen ja reparieren kann man das nicht wo ist mein schwert wert wert das menschwert nicht reparieren da aus dass er beschwerten keine da kann es vielleicht noch dahin schauen ich kann es nicht mein eisenschwert kann ich nicht reparieren doch ganz gläubig auch noch hinten an der schmiede ich habe es noch nicht gelernt deshalb recht ja du musst das eisenschwert lernen dann kannst du separieren leder ich brauche leder so warte ich pack das jetzt mal alles hier rein ich brauche mal leder ich brauche mal leder kennst du es wirklich schon äh hinschau äh venido reparier mal bitte mein eisenschwert kannst du doch du musst leder und eisen haben zeig dir doch oben rechts an wenn du reparierst wenn das dann nicht funktioniert dann zeig dir das dann ja wir haben das nicht gelernt da können wir doch nicht reparieren ich habe es gerade gelernt ich habe es gerade gelernt aber ich brauche ich brauche eisenbahnen ich brauche eisenbahnen ja wir brauchen eisenbahnen sowieso ich geh jetzt gleich nochmal drüben in der schmiede ich stell jetzt erstmal noch das ehne die ehne dings auf hier in der schmiede den ehnenofen ja also wir brauchen auf alle fälle eisen wo bist du denn ich habe einiges tränen bei uns in der kiste reingelegt so 6 eisendinger sind noch in der eisenschwert wir müssen die öfen einschalten sonst bringt das nichts der macht jetzt gerade noch viel leder wo ist denn das ofenhaus warte mani leg in eine von den kisten den schwer drehen und reparier ich schnell ja warte ja in welch wird los der ok haben wir hier noch cola irgendwo äh reparieren ich nicht müsste jetzt reparieren schau mal rein ja oh super so die restlichen eisenbahnen lasse ich da kannst du warte ich leg mal meine torbahn rein kannst du den auch reparieren kannst du den nicht selbst ok dann mache ich es ja warte mal warte mal warte mal eh kann ich auch nicht ok dann gib es rein dann mache ich es ja so warte warte mal warte mal warte mal ist repariert warte mal guck mal was maximum geht ja zwei herzen hat noch einer herzen gesammelt ja ich habe noch was hatte bis ich das repariert habe wofür brauchst du die herzen da kann ich dagegen mitmachen wenn du vergiftet bist alles klar kannst du mir einmal um eins geben ok schau mal rein ja da brauchen wir einen herzen ja so zwei gegengifte kann ich wieder machen ich habe zwei herzen benetta ja wo bist du kann mir jetzt bitte jemand sagen wo meine sachen sind äh Günder wo sollen die sein ja holmes hat es aufgehoben einfach rein ich habe es in die kiste reingelegt alles was du brauchst in welche kiste im haus warte ich komm mit hehehehehe ich bin immer nicht zuhörst günder äh meine frau was macht denn der im rad des schmerzes ja der Sklavenarbeit da ist ja gar nichts ja aber was da picken und so weiter was brauchst du noch ich habe meine eisen sachen äh ich habe eine eisenachse bei mir noch warte die lege ich da noch ab so warte es ist noch kalt sonst habe ich nichts mehr aus eisen ne das ist auch alles gewesen so dankeschön bitte machen wir erstmal hier die Höhle so Günder wollen wir jetzt in die Höhle ich habe nichts erstmal denn mache dass wir dann einkommen jetzt na gut bitte hier eben sortieren du äh ich habe kein Schwert ich weiß nicht jemand müsste mein Schwert reparieren er ist ein Schwert äh jo äh komm mir geschmied ich komm gleich hin ja bin noch kurz noch am beten kurz beten ja ich muss mich stärken so äh so ok bin unterwegs dann haben wir hier auch warte Fleischfetzen ach scheiße Fleisch so dann schmeißen wir weg steck aus ok ich habe kurz mein Schwert dann komme ich ne Eislauer so du bist du im Haus oder wo bist du hier jetzt eisen besorgen ok warte genau besorg Eisen so jetzt erstmal warte warte ach da das war so unsichtbar warte ich mach mal äh ein was ist eigentlich mit diesem scheiß äh mit diesem scheiß verdorbenen Fleisch ja das braucht man vielleicht später noch für irgendwer anderes für Giftfeile oder so wirklich schön bitteschön ok so im Altar von mir liegen vier Gegengifte da kann sich jeder mal eins rausholen oh das ist nett Herr Beneta so ich schie jetzt eisen holen warte 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 wir haben doch dein Altar abgerissen ich hab neun aufgestellt hast du ihn noch nicht gesehen ne ne da müssen wir aufs Bauabnahme machen nicht dass wir den wieder wegreißen müssen ey der hat das Ding an meiner Hütte gebaut sehr ernst das ist nicht dein Ernst da ist sogar mitten drin da ich was ey wartet mal leute brauch mal ich seh gerade noch zwirn Tierhaut und Holz habt ihr noch haben wir Tierhaut äh ich hab was ja wie viel brauchst du insgesamt warte ich hab 5 insgesamt 20 also noch 15 brauchst du noch wie viel 15 brauch ich ich leg dir 21 her so Gegengifte hab ich danke sehr haben wir irgendwo zwirn warte mal zwirn äh aus Pflanzenfasern wir haben noch Pflanzenfasern da kannst du das herstellen ja mach ich äh 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 ich kann nämlich ein Bett bauen kurz äh und was sagst du für jeden von uns eines das wär optimal geil geil ja da brauch ich mehr Tür heute also ich bin nicht am Bett mit äh der pups ja nur ok ich leg dir noch 44 Tier heute ab das ist sehr gut da vor dir liegt's ja dann brauch ich noch mehr mal zwirn 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 äh die Betten auf gell da schlafräumchen möchte jeder äh möchte jemand stellenplatz hier unter dem Fenster ich möchte bitte das Luxusbett ne so aufsteigen äh Belastung mach ich und äh Betten Qualität mach ich so Rezepte lernen du kannst doch nur was lernen so ahhh ich kann da brauchen wir ja vier Betten Eisen Speer Eisenspeer und so was hat guck mal Eisenpicke was ist das aber äh hat noch jemand hier heute wieviel voraus du denn äh 10 ich hab ich hab ich hab 75 in der Tesch na dann tu die Ma oh le schlepp das doch nicht mit rum ich bin grad am Farmen du ja warte da direkt da da tak jetzt brauchen wir noch Holz Holz und äh ich kann noch zwei machen geil so da haben wir vier stücken alle mal bitte oben die Bänden benutzen warte ich baue noch gleich gehts los Moment ah komm schon komm schon kann ich doch lernen Eisenbolzen Eisenpfeile manfred schläft im manfred schläft im exerzimmer da furzt immer so viel den tun wir hier im Flur ach so ab 15 du weißt schon dass du ein Manni bist ne äh äh Günder scheiße ich bin der Stähl an der Günni bitte ja der Stähl an der Günni du bist ein Popsloch Kratzer ich hab das ganz rechts genommen unter dem Dach hier schläft ja genau so dann schlafe ich ne in der Mitte schlafe ich nicht ach du bist ganz rechts ne ich kann kein anderes kann ich auch das extra nehmen ist kein Problem neee warte mal wo bist du denn jetzt jetzt bin ich da ach ja gefunden an ok dann nehme ich das aber kann ich jetzt trotzdem mit deins ja das ist weg ja ne gut alles klar so oben sind noch zwei Betten frei für euch bitte benutzen die verbrauchen sich ja Gottseidank nicht mehr gell hm glaub ich nicht ne ja machen wir schon da Günder in de Kist upsala Günder in de Kist äh wollen wir in de in de Dings oder was wo ist denn mein Bett immer noch oben ja welches ach guck da einfach wo keiner dran steht ja da steht ja nix dran deswegen fahr ich du musst zu dem Bett hinlaufen ja da steht Besitzer die drei bla 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 gebunden an nun ja dann ist es frei ja gebunden an nun gebunden an nun gebunden an nun gebunden an nun so wenn alle nun sind und ich jetzt nicht das sind nicht alle nun von dir und von Benete ist noch frei so rechts nun also ich nehme jetzt einfach das wenn jemand rumholt dann hat der Pech ja wieso steht das Bett ja alles nun das kann ich sehen sag mal warte mal wo bist du gerade ja ich habe das jetzt hier genommen ja ok das war auch frei ja ja das steht Manni hier bei dem Bett hier steht nun ganz rechts Besitzer drei gebunden an nun ok Manni hier steht bei mir steht hier steht hier steht der König und hier steht Nonn in der Mitte ja genau nur das mittlere ist doch frei da hat er jetzt schon nicht ja ich bin da ich bin ja im Eisenland so na komm Günter auf geht's ja auf geht's komm holms kannst du auch mitkommen wenn du willst ja ich bin schon unterwegs weil wir brauchen ja auch noch ein paar Dächer gell zusammen ist der Eisen gell ich spiel den Eisen damit ja 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 ich ähm Tierprodukte da tue ich nochmal eben hier die ja ne ich meisterst du immer hier brach sag mal sag mal gibts sowas wie Mülleimer gell gell ne alle so hier da und das auch noch am Tier holten da rein du da rein so wir können los Mannes können wir können ich zeig dir wo die Höhle ist ok auf geht's aber wir sind erstmal fertig für heute bevor wir los waren mache ich ein Päuschen ey mit dem Günter kommt man einfach nicht voran es ist sinnlos sinnlos da fühl ich meine Worte frech auf ja dann mach ein Päuschen ja gut Männer ich mache jetzt erstmal ein Päuschen mit den anderen Jungs erstmal ein paar schöne Sandwichen essen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder wenn ihr noch vorbei schauen Tschüss Tschüss Tschüss